Hallo, mein Name ist Christian Bauer, ich bin ein französischer Großmeister und wurde dreimal französischer Meister. Dieser DVD ist mein Vierter für GSBS und handelt sich um die Alekhien-Verteidigung. Ich werde schwarz ein Repertoire vorschlagen, was meistens auf G6 basiert ist. Nach den Zügen E4, Sprenger F6, E5, Sprenger D5, D4, D6, Sprenger F3. Hier zum Beispiel ist Löffer G4 möglich, aber schwarz hat in diesem Fall Mühe auszugleichen, während nach G6 seine Perspektive meiner Meinung nach höher sind. Falls Weiß im vierten Zug C4 verwendet, dann Sprenger D6 und nun wenn E mal D6, C mal D6. Natürlich ist E mal D6 auch spielbar, ich bevorzuge aber die Wiedernahme mit dem C-Bauer und nach Sprenger C3, G6. Wenn Weiß die vier Bauern Angriff spielt und nämlich 5, F4, schlage ich auch vor, mit G6 weiter zu spielen, entweder sofort oder erst mal nach D mal E5, F mal E5, C5, D5 und dann G6. Diese Variante mit 5, G6 ist zwar komplizierter und vielleicht weniger solid als die klassische Variante, nämlich D mal E5, F mal E5, Springer C6. Ich finde die aber auch ganz gut spielbar und würde sie nicht nur als Überraschungswaffe verwenden. Ich habe diese Variante 5, G6 dieses Jahr gegen den Ex-Weltmeister Bissinitopalov probiert und am Ende ein Remis erreicht. Ich finde die Alekhine-Verteidigung ganz gut spielbar und nicht nur als Überraschungswaffe. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit dieser Eröffnung.